Geil! Hey Max! Hey! Ohne Scheiß! Schon wieder mal? Das ist echt das 6. oder 7. Mal, dass du den Video jetzt Bockgarten hast. Das ist echt irgendwann glaube ich echt nicht mehr so cool, oder? Das ist Doppelkorn. Ja. Hast du eine Gurke an deiner Hose? Nein. Mein Gott, braucht er nicht knallen? Ja Leute, heute mal in der Natur unterwegs. Die einen oder anderen wissen ja auch schon über meine Insta-Stories und meinen 5. Insta-Account, dass ich sehr viel Radsport betreibe, hier in Brandenburg, aber auch früher als Kind im Harz. Heute sind wir hier in Tirol. Wir werden einiges im Spiel ausprobieren. Ich check das mal aus. Fangen wir erstmal an mit den Grundlagen. Nehm ich euch mit auf den Acker. Ist ein bisschen holprig heute. Ich glaube wir fahren jetzt nicht so gerade Tour de France. Und los geht's. Wir machen mal ein bisschen Tempo. Bremsen geht auch, aber heute bremsen wir nicht. Schöne war ein Acker hier. Guck mal, gib mir doch mal alles. Lass uns ein paar Bunny Hops machen. Und dann hoch. Nochmal. Oh Scheiße. Und ein Rückwärtssalto. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Achso. So. Uiuiui. Oh Scheiße. So und jetzt. Aber jetzt weiß ich wie es geht. Pass mal auf. Oh Gott. Und dem Stil. Komm gib mir mal alles. Ja. Ja. Schwierige Sprünge. Zeit alles was du gelernt hast anzuwenden. Ich brauche jetzt erstmal die kleine Pause. Kannst ruhig die Kamera ausmachen jetzt. So kurze Getränkepause. Üdriert sein ist das A und O als Profi. Weil mit dem richtigen Sprit fährt es sich auch besser. So was sollen wir machen. Lande ein No-Hander. Ist ein No-Hander? Ja. Bin ich ein bisschen außer Atem. Mensch. Also mit dem Bunny Hop und Salto und so. Das ist eigentlich schon advanced. Aber bin ich ja lange drüber hinaus. Ich nehme euch jetzt mit zur Strecke. Schauen wir uns mal an. So die ersten Parcours hier in Tirol. Abfahrt. Ich weiß jetzt gar nicht. Also das Ziel ist, wir machen zwei Rückwärts-Saltos. Klar. Oh shit. Toll ja. Und wieder auf der Bahn. Ja so. Da sind wir auf der Strecke. Bremsen tun wir nicht. Bremsen ist für Amateure. Stattdessen machen wir jetzt einen schönen Salto. Jawoll. Backflip. Servus. So weiter geht's. Ach wir haben jetzt nur ein Salto. Scheiße. Naja aber sicher ein Ziel. Ah ja. Da sieht man die Tiroler Berge. Wir sind jetzt gestartet hier in Nordtirol. Jetzt arbeiten wir uns langsam runter. Oh man. So. So. Guck mal hier. Mit den Händen am Lenker. Ich suche ja immer die Challenge. Scheiße. Oh ja. Ich fahre einfach. Ich bin tot. Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das eine Clownsschule? Nee. Keine Clownsschule. Du bist hier bei Instinct 3. Wir sind die Kreativ- und KünstlerInnen-Agentur. Also doch eine Clownsschule. Nehmen wir mal ernsthaft. Suchst du noch Clowns? Keine Clowns? Aber tatsächlich suchen wir ganz viele andere coole Leute. Das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Direkt im ersten Link. Du! Ja. War schon ganz nett. Nicht wahr? Jetzt geht es weiter mit den Jungs. In die Subtropen. Mit dem Helikopter habe ich gebucht. Da muss ich jetzt auch zusehen, dass sie einen Flieger erwischen. Also ein Heli. So Leute. Jetzt sind wir im anderen Längen- und Breitengrad. Oh es geht direkt los. Kleines Rem hier mit meinen Kumpels. Ein bisschen crossed. Oh Scheiße Digga. Oh mein Gott. Ja. So. Welcher Platz sind wir? Ich habe keinen Plan. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Pedalen. Oh Shit. Die Leute sagen immer, YouTube ist kein Job. Aber ich sag euch. Ich muss euch mal vorstellen. Rennen vorbei. Zeit für einen Snack. Scheiße. Ihr müsst euch vorstellen. Ich hocke hier auf dem Montagabend. 19, 20 Uhr. Und mach die Scheiße. So. Nächstes Rennen. Ich glaube, ich fahre jetzt einmal ganz safe. Langsam. Oh Scheiße. Sie liegt quer. Oh. Oh. Naja, macht nichts. Oh, ich glaube die frisst sich gerade in meine Unterhose. Egal. Nicht irritieren lassen. Das ist wie beim Marathon. Wenn einen Stein im Schuh hast. Nicht irritieren lassen. Das ist wie eine Gurke beim Radfahren im Schritt. Vielleicht sollte ich mich nicht bewegen. Hey Leute. Ich war. Der war hinter mir. Oh Shit. Das ist nicht Momentum. Aus meinen Fersen ist hier das Tempo entstanden. So. Da ist auch schon das Ziel. Heilige Scheiße. Guck mal, nur fünf Sekunden hinter dem. Und der hockt gemütlich zu Hause. Ich sag euch das. Ah, man kann abstimmen. Steil gerade Tricks. Achso, ja. Oh. Ich hab die unter. Oh. Eventuell. Eventuell hatte ich die eben auch unter meine Unterhose gesteckt. So. Und so. Anderer Layer. Boah. Das Klima, Freunde. Ja, Platz drei war drin. Schön. Ich bin auch recht stolz auf meine Leistung. Aber damit es mal so richtig schwer geht, schauen wir uns jetzt ein Bike-Out an. Das ist quasi so ein Test-Parcours für Fortgeschrittene. Bin ich ja. Abwarten. So Leute. Jetzt zum Abschluss dachte ich mir für die passende Rundtour gehen wir auch nochmal auf ein Spezial-Parcours. Da hinten ist meine Lieblingsstelle. Ach du Scheiße. Also wir wissen ja alle, Death Runs sind meine Spezialität. Konnte ich auch schon vor auf einer Weltbühne in New York City. Konnte ich das mal unter Beweis stellen. Ja, wir hatten ein paar Training-Sessions gestern. Und wir waren total die Game-Mode. Na gut. Würde ich sagen. So. Wegen wir einfach mal los. Ich glaube hier ist Tempo. Ich weiß. Hier ist Tempo nicht so entscheidend. Was ist das? Oh shit. Okay. Ja, das klappt mir. Also bei diesen Death Runs ist es ja... Mein Gott, das stell ich mir nicht an. Es ist ja so, dass man da Save Points hat. Ne? Nach einiger Zeit. Ist hier jetzt bewusst nicht so. Weil ist ja echt auch nicht so, wenn man da auf die Fresse... Junge, der hat sich was gebrochen. Oh ja. Wie soll das denn gehen? Oh! Yo, ich bin jetzt... Auf einmal ist hier ein Safe Point oder was? Easy! Oh! Boah! Oh! So klappt das ja gar nicht. Willst du mal? Ja... Hast du dir ja raus gesucht? Willst du mal sehen, wie scheiße das ist wenigstens? Also... Cool. Oh, komm! Vielleicht... Ja... Streichebellen. Ja, Freunde. Das war eine runde Fahrradsimulator. Ich hatte heute wundervoll viel Spaß. Verabschiede mich jetzt aber. Ich fahre zurück nach Spandau. Glück auf! Weidmannsheil. Äh... Petriheil, ne? Tschüss!